Wollen wir mal wieder weitermachen. Heute mal den Patch installiert, also ne Mod. Ähm, sieht das grafisch ein bisschen besser aus. Oh, falls ich mal raustappen sollte, ähm, schützt das Spiel nicht gleich ab. Wurde mir ja gestern noch empfohlen, dass ich das vielleicht mal installieren und ausprobieren könnte. Und funktioniert eigentlich ganz gut. Optisch finde ich es halt auch jetzt wesentlich schöner. Ist ein bisschen anders angeordnet, da musste ich mich noch dran gewöhnen, dass das jetzt hier unten ist, wie viel mehr hier ist, hier so die Bücher angeordnet sind. Man hätte es meiner Meinung nach noch ein bisschen besser anordnen können. Aber vom Ding her ist es schon ganz in Ordnung so. Ja, die Bücher zum Beispiel hätte ich gerne zusammen gehabt. Die Zauber hier hätte ich auch gerne irgendwie begeistert, irgendwie mehr gerne in der Nähe gehabt. Dass ich schneller drauf zugreifen kann. Oh, man ja. Da sind wir dann stehen geblieben. Wir wollten jetzt... Er rettet die Zwerge aus den roten Zwergminen. den wollten wir nicht machen wollten den machen alle drucknot büten unter der stein stadt und kehrt dann zum sparen oder flamme in stein stadt zurück und und da geht es gut ist auch dass ich jetzt mal raus kann falls ich mal jetzt irgendwie doch mal was nachgucken muss immer hier weiter kommt kann ich das jetzt relativ einfach machen und ich wie vorher über handy ich kann dir dann auch sogar recht schnell hier rüber ziehen das passt doch ganz gut so auf jeden fall ein gutes update patch gewesen waren wir mal runter aber schon direkt die ersten natürlich jetzt nicht optimal dass die hier direkt stehen aber die sollten wir eigentlich noch recht schnell weg bekommen und das gute ist wir haben jetzt auch vollbild das finde ich auch optisch ein bisschen schöner also ich hatte es vorher auf meinem bildschirm schon direkt aber bei der aufnahme hat es leider nicht geklappt soll mich das jetzt beeindrucken nur ein kratzer sehr gut guck mal hier die kressen sind jetzt aber ein bisschen in der wand verpackt zum teil ne die gehen aber der hier jetzt geht es auch ein malig verzeihen wenn er ein so was ist erwähnt nach nicht so der schlimme schlimmer gewesen kommen wir wieder zu den fässern oranges was blaues was also blau weiß ich noch das war charisman personality ab sofort ist das denn hier jetzt auch nee da heißt das noch charisman ok orangenes fass meines war reaktion und oder intelligenz die ganz violett war dann wahrscheinlich reaktion kommen halt auch schon direkt schon wieder welche fahren wir einfach noch mal hoch ich habe mich nur vergessen es war die bus die sind jetzt ja mittlerweile hier dann machen nein nicht heilen und ich glaube wir können jetzt mittlerweile schnell speichern das hatte ich da doch auch gelesen dass man das jetzt kann gucken wir mal einstellung ob das vielleicht bei der tastaturbelegung gleich mit aufgeführt ist quicksave oder so könnte das ja heißen nein wir machen mal f4 dann machen wir das ganz klein ok und f5 nein f3 ist automatisch laufen aha double speed könnten auch noch ein bisschen schneller normal speed eins ist gar nix es sieht irgendwie so aus dass wir einen don ja nicht schnell speichern können aha damit ist auch noch stopp schnell speichern finde ich hier nicht egal double speed könnte man auch mal aktivieren wenn wir mal wieder lange längere reisen vorhaben äh aber sonst vom ding her brauchen wir das nicht da finde ich jetzt das tempo schon ganz ok weiß nicht ob es aber wahrscheinlich praktische vorgaben gibt es da bestimmt nicht das war nur ein kratzer das ist natürlich ein bisschen ätzend dass die direkt auftauchen oh was ist sie vergiftet dann brauchen wir doch jetzt mal so langsam den entgiftungstauber nein wo habe ich denn gezaubert das sind aber auch viele ne können wir nicht einmal hier reinlocken und dann ne das machen wir noch mal da ist doch quicksafe aber womit haben wir denn jetzt quicksafe gemacht f5 vielleicht f6 ist es f1 vielleicht 1 1 ist es wahrscheinlich auch nicht sie werden alle nicht sein denke ich das ist auch nicht denn quicksafe dann gerade eben aber da schaut noch gespiegelspeichert normal speed und dann war das hier mit f11 damit können wir jetzt immer schnell speichern aber auch laden ne da können wir nur speichern okay dann können wir jetzt noch mal runter gehen und die jetzt vernünftig weg machen direkt mit stop am besten runter da müssen wir nämlich noch ein bisschen abstand boah kommen wir jetzt aber gut weg dann komm bevor die da hinten noch auftauchen das wär ganz das wär schön dann haben wir trotzdem noch weg au aaaah au drei stück könnten wir noch schaffen oder der feuerball der 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 macht immer ganz gut schaden 15 habe ich gerade gesehen hilfe und gefühlt machen wir auch generell mehr schaden oder nicht au vergiftet ne brauchen wir unten auf jeden fall den zauber das nützt nichts schön oder hinten kommt noch mal welche au au wär ganz gut wenn wir bis da noch mal einen weg machen vielleicht hier den kleineren oh nein nur ein katzer vorne kommt da noch mal ein stärkerer ne kann dir mal jemand helfen bisschen hoch wieder das nützt nix nützt nix aber hier die wände und so finde ich auch viel besser aus als vorher okay hm auch mal ab da ja ah hau da ab hau da ab hau da ab hau da ab hau da auch ab kann ich aber mal abhauen hier die Leute oder was hau da ab 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 Geh doch mal aus dem Weg. Ich will da nur zu dieser Tür hin. Dankeschön. Das Fass müsste ich schon haben, ja. Wir geben ihr aber trotzdem einfach mal einen Heiltrank. Und dann lassen wir sie hochheilen. Wahrscheinlich gibt es hier jetzt nicht so einen Zauberladen. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Alter, der nervt mich die ganze Zeit jetzt, ne. Eigentlich müsste ich da längst. Kann ich aber nicht, weil er genau in der Mitte stehen bleibt. Jeder hat seine Talente, ne. Und sein Talent ist halt ständig im Weg zu stehen. Oh Mann, ey. Hm, sind wir da die... Sind wir da schon runtergegangen? Was ist das hier? Hallo, wie geht's euch? Mir geht das sehr gut. Geiz, heiß! Kommt nicht in Frage. Einfach passen die Dialoge auch nicht so gut zusammen, finde ich, ne. Er hat gesagt, was vom Geißhals und sie kommt nicht in Frage, oder? Aber es scheint mir so, als wenn es hier natürlich kein... ...Zauberbuchladen gibt. Jetzt hier auch die ganze Zeit blubber, ich denke, die ganze Zeit, ich bin in unserem... ...Ein Chemielabor. Ohne Fleiß, kein Preis. Ah, okay, das ist hier der Lehrer. Das machen wir ja am Sonntag. Nach dem nächsten Sonntag hoffentlich. Aber wir könnten ja noch hier mal, äh, ne Schriftforderung überhaben. Mit Gift. Ja, oder was? Giftnebel nur. Ne, nix. Erwachenstrang, Schwächer heilen. Oh, man. Das ist echt scheiße, ey. Ich weiß nicht genau, was Gift macht. Ob die in jeder Runde, wo sie dran ist, Gift bekommt. Kann ich nicht genau sagen. Müsste aber irgendwie sowas sein. Ich weiß nur, dass es bei Pokémon in der Anfangsedition immer mit so einem Blitz über den ganzen Bildschirm war. Düdüdüdüdü. Und kurz vorm, äh, vorm Heiler ist man dann, ist das Pokémon immer draufgegangen. Immer. Jetzt ist der auch vergiftet. Ich weiß nicht, ob das was wird hier. Oh, da müssen sie halt den teuren Weg mit einem Heiler machen. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmert. Aber die vergiften auch schon recht, wahrscheinlich, ne? Ah. Ich glaube, durch Gift treffen wir auf jeden Fall nicht weniger. Kann mir mal jemand helfen? Kann mir mal jemand helfen, Möller? Zack. Wieder belebt. Das tut echt weh. Aua, aua, aua. Es tut so weh, ne? Aua. Ha. Gut. Ah, war es immer noch nicht weg. Verstehe es manchmal nicht, ne? Die wird wahrscheinlich draufgehen, die Runde. Nee. Da hat nicht mal jemand Schaden bekommen. Da ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Die haben doch jetzt beide nicht mehr allzu viel Leben. Müssten sie halt nur mal treffen. Ganze Runde nicht einer getroffen. Das kann doch nicht sein. Nur ein Kratzer. Klar, ich habe meine Barser auch wieder nicht drin. Aber trotzdem musst du doch jetzt mal treffen, ja? Das Gute ist, die treffen wir auch nicht. Oh nein. Ja, nein. Komm. Oh, noch schnell weg, ohne dass jemand stirbt. Nein. Ich sage, es stirbt noch einer. Ich sage, es geht noch einer drauf. Ey. Jawoll. Haben wir wahrscheinlich jetzt erstmal alle weg hier. Ich denke, Gift geht auch nicht weg. Und sie werden, beim Übernachten meine ich, kriegen sie dann nicht komplettes Leben wieder, ne? Wo, aber wo ist hier der Teiler? Ich hoffe, dass es nicht allzu teuer ist. Und ich hoffe, dass er das ist. Nein. Schade, schade, schade. Das habe ich mir noch nicht rausgenommen. Hätte ich gedacht. Ganz nett, aber unnütz. Segen krist du. Bab, bab, bab. Ganz nett, aber unnütz. Spruchrolle Schild. Das Holzschild kriegt sie. Und das auch, weil sie das dann verkaufen kann. Können natürlich auch einfach mal schauen, ob ein, äh, ob es, es gibt doch auch Tränke oder nicht, die entgiften können. Nein. Nein, wo? Wo war jetzt dieser Ramschladen wieder? Was wir die Fallen entschärfen können, müssen wir auch nochmal schauen, weil, äh, es hätte es noch nicht so gut geklappt. Heldentum, Härten, Steinhaut, Sägen, Härten, Krankflasche. Gucken wir einfach mal, was wir zusammenbrauen müssen für Entgiften. Jetzt können wir das ja endlich relativ fix mal machen, dass wir das auch alle sehen. Ich hoffe, das ist jetzt gut erkennbar. Und dann Zaubertränke. Schauen wir hier einfach mal nach. Und das Grundreagenz, erhöht die Stärke des Tranks mit dem Gemixwert. Da halt Gifte. Wir müssen einen roten und einen blauen zusammenmixen. Reagenz plus leere Flasche. Happy for the Moonstone Elvish Toadstool Weiß ich jetzt nicht genau, was das heißt. Äh, hier. Elvish Giftpilz, Mondstein und Harpianfedern ergeben blau. Aha. Warum nicht das hier? Kosten die nicht so viel, oder? 3 Gold. Nehmen wir mal 3 mit. Und dann versuchen wir uns mal da dran. Blauen habe ich ja schon. Was war das? Blau und Rot? War das nicht Blau und Rot? Äh, hier. Ja, blau und Rot, ja. Wenn ich jetzt den mit B habe, habe ich einen Violetten. Und einen Violetten habe ich sogar schon. Kriegst du einen? Sie kriegt einen. Perfekt! Und, äh, hier kriegt auch einen. Perfekt! Zack, ist ja nur noch irrsinnig. Irrsinnig, das lassen wir auch. Finde ich gut. Jawoll. Schön. Äh, was? Wird hier aus dem Grün? Klasse. Perfekt! Wird gelb. Okay. Daraus musste aber Blau werden, ne? Wunderbar! Wunderbar! Okay, daraus wird also Blaue. Äh, das ist Katisilator. Katisilator. Oh. Zum Pressure. Wunderbar! Und noch einen Roten machen kann. Wunderbar! Und jetzt will ich noch mal was ausprobieren, wenn wir jetzt wieder mal unter schnell speichern machen. Und dann sagte er doch, mit so einem solch einem Typ hier, können wir den stärker machen. Ja. Ne. Wurde doch schwächer. Ach, egal. Ist schon okay, wir gehen jetzt erstmal. Elixir. Aha. Ist das nicht, dass mein Quest ist oder so? Ja. Sind jetzt alle Briefe auf Englisch? Das finde ich jetzt aber nicht so gut. Ja. Oh, das finde ich jetzt gar nicht gut. Na ja. Können wir wohl nicht ändern erstmal, oder? Dann nochmal schauen, ob ich das, äh, vielleicht rausbekommen, beziehungsweise alles ausgewählt bei dem, was installiert werden soll. Vielleicht einfach mal nicht alles installieren. Das kriegt aber auch alles die... Hier, da wagern wir unsere Erze. Nicht die Rollen. Die kommen zu ihm. Den wollten wir auch noch verkaufen. So, und jetzt könnten wir mal noch runterrasten. Alle wieder am Start. Spiel speichern. Einmal mal einen größeren. Hm. Und dann können wir jetzt mal wieder gestärkt runtergehen. Diesmal nehmen wir auch die Bus mit. Da oben müssen wir hin. Da. Hier müssen wir hin. Aus dem Weg. Hier kommt der Radder. Der Radder. Wir müssen mit ihr die ganzen Bastards machen. Ja. Segen. Und. Hellentum. Und magisches Auge. Und schnell speichern. Und runter. Ich glaube, jetzt haben wir uns gut vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Ah, das ist ein Kater, aber ein bisschen groß. Aha. Ein paar haben wir jetzt schon getriggert. Ein paar kommen uns jetzt schon entgegen. Alter, ist das verwinkelt hier. Oh nee, nicht die Kisten wieder. Das ist ein Stecker. Ja. Jetzt kommen wir nämlich auch gar nicht mehr so gut weg wie im Freien. Soll mich das jetzt beeindrucken? Was war das jetzt? Die Ausfall hat ja in die Kiste geöffnet, ne? Hm. Das wollte ich ja natürlich jetzt nicht. Irgendwie war klar, dass er noch drauf geht. Jawohl. Das war wichtig, dass der noch umgefallen ist. Weil da werden jetzt noch einige kommen. Wollen wir sie nochmal hoch? Jo, auch wichtig. Oh, ein schönes Schwert. Keine Ahnung. Wem soll das denn nützen? Das könntest du gebrauchen. Den Gürtel kann keiner gebrauchen. Denke ich mal, dass es besser ist, ne? Aber es sieht besser aus, finde ich. Oder er ist ein Goblin, ne? Der bräuchte ja eigentlich auch ein Goblinschild. Ist ja ganz logisch. Hm. Speichern. Kurz haben wir ja wieder was geschafft. Noch mal speichern. Und da kommen wieder welche. Da kommen wieder welche. Da habe ich doch nicht gehört. Scheine aber noch nicht nah genug zu sein. Schieß ich mal ins Leere. Die habe ich. Und die muss ich noch. Nur die Ruhe. Ich mache das. Oh, der hat reingeflasht. Der hat reingeflasht. Schatten die ganzen... Äh, Pfeilen nicht. Können natürlich hier die ganzen Hufeisen mal geben und dann nochmal ein paar Punkte hoch machen. Aber ich weiß nicht so wirklich, ob das was bringt. Guck mal, wenn ihr das jetzt schafft, dann lassen wir das. Ansonsten nehmen wir die wieder weg. Au, Katze. Ne. Au. Schafft sie trotzdem nicht. Und ich meine, dass sie auch nicht noch ein hochkommt. Na, nochmal. Aber kann man nicht vielleicht mit Telepathie oder so den aufmachen? Das können wir nochmal ausprobieren. Damit vielleicht immer die Fallen auslösen. Von weiter weg. Boah. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Zwei, das sind jetzt erstmal nur zwei. Ist okay. Damit können wir noch leben. Elton Bass ist noch da, ne? Ja. Andere Segen ist auch noch da. Drei haben wir jetzt. Nur vergiften wäre jetzt nicht so cool, wenn ihr das macht. Das könntet ihr bitte weglassen. Ja, aber den schaffen wir doch jetzt auch noch, oder? Zweimal treffen. Wie ich jetzt behaupten. Eilen wir dich mal hoch. Sicher ist sicher. Oh, komm. Hey, hey, hey. Ja. Nochmal zwei. Aber nicht ganz so starke. Das ist okay. Da brauchen wir auch keine Magie anbinden. Aber ich sage, sparen wir uns einfach die Mana. Ja, komm, hau ihn doch auch noch weg. Wir sparen. Jetzt ist das Speichern drin, weißt du? Wo ich schnell Speichern endlich drin habe im Game. Aber mit Telepathie könnten wir echt rauskupieren. Oh, Mann. Und cool. Und das nur bei einem kommt. Den machen wir nochmal. Quicksafe, quicksafe, quicksafe. Macht er jetzt jedes Mal ein quicksafe? Oder immer insgesamt drei. Das wäre natürlich... Das wäre nicht schlecht, ne? Ja. Das wäre nicht schlecht, ne? Ich würde... Boah. Aber kommt sie da rausgeschossen aus dem Dunkeln, ne? Nur ein Kratzer. Nur ein Kratzer. Aber wenn du das sagst... Hilfe! 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 Du bist jetzt so weit runtergehauen worden. Alter, das... Das ist natürlich krass. Hochheilen. Sehr, sehr gut. Jetzt dürfen wir nur nicht vergiftet werden. Dann ist alles gut. Dann haben wir das ganz gut verstanden, die Runde. Ja, so wollten wir das. Jetzt haben wir hier noch ein... Um die Ecke. Denke ich mal. Ist das, ne? Da haben wir jetzt noch ein. Mach speitern wir aber vor. Und dann haben wir den jetzt auch. Das ist nun klar sogar. Ach, easy. So... So geht das ja auch, ne? Und von hier kommen wir. Gehen wir jetzt... Da hin und von hier schießen wir. Das sind drei, oder? Das sah irgendwie nach drei aus. Ja, was denn? Jetzt noch zwei. Nur ein Kratzer. Ist ganz gut, dass wir immer auf ihn noch raufhauen... Äh, raufhauen. Den haben wir noch umgehauen. Das war wichtig. Den auch noch. Da hab ich mich aber schnell um die Kurve gezischt. Und dann... Oh, die heilt den halt nicht so geil hoch, ne? Wir speichern. Wir speichern. Sicher ist sicher. Auch nehmen. Oh, das sind aber jetzt auch zu viele wieder. Das sind so viele. Können wir Maxi mal von hier nochmal versuchen? Oder nur mit guten Zaubern? Vielleicht noch... Oh, von der anderen Seite kommen auch nochmal welche. Das tut echt weh! Erstmal weg hier. Ne, zunächst. Da müssen wir erstmal weg. Ich weiß auch nicht, warum sie jetzt hier die normale Maus jetzt genommen haben, ne? Ich fand die dickere eigentlich schon besser. Gönnen wir uns das Wirtshaus. Wir machen bald auf. Wir machen bald auf, Alter. Warum hat denn das Wirtshaus nicht... Warum hat das nicht 24-7 auf? Geschlossen. Jede gute Kneipe. Ist halt auch einfach so. So, jetzt hört es aber auf. Was kann ich euch bringen? Ein Zimmer hätten wir gehören. So, ich hoffe, jetzt sind die da unten nicht so nah dran. Die sind alle da, ne? Die sind alle da. Ach, das ist jetzt uncool. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wir da am besten weitermachen. Äh, geben ihm jetzt erstmal Segen auf jeden Fall rauf. Und Heldentum. Das fände ich recht wichtig. Beziehungsweise finde ich nicht nur wichtig, ist halt auch einfach wichtig. Oh, das sind viel zu viele. Da können wir maximal immer nur einen machen. Und dann müssen wir erstmal wieder warten. Wie lange das dauert, bis alle durch sind. Ist krass. Ach, ein zumindestens weghauen. Wäre doch gut. Ja, aber treffen tun die uns jetzt gerade nicht wirklich gut. Ah, natürlich jetzt wieder nur eine Person immer. Das ist ja ganz klar. Sonst wird das ja auch zu einfach. Haben wir einen umgehauen? Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Kann mir mal jemand helfen? Der nächste. Nur ein Kratzer. Irgendwie haben wir noch gar keinen umgehauen, oder? Kann das sein? Doch, einen haben wir schon. Haben's gleich. Aber ich finde, so richtig umhauen tun die uns jetzt nicht. Also es ist machbar. Da ist schon wieder einer umgekippt. Hilfe! Das blöde ist auch, dass du dich ja nicht erstmal auf... Jetzt ist die Ruck tot, oder was? Oh Mann! Verlangen ja gar nicht so viel. Aber direkt sterben, das müssen die nun wirklich nicht. Soll mich das jetzt beeindrucken? Eine wurde vergiftet. Nur ein Kratzer. Ich glaube jetzt, diese Runde werden alle... Soll mich das jetzt beeindrucken? Aber kümmere dich drum. Geben wir den Entgiftungsdrang? Ich würde es weglassen. Au! Bleiben wir dich mal hoch. Äh... Dich. Genau dich haben wir. Soll mich das jetzt beeindrucken? Das tut echt weh. Alter. Nur ein Kratzer. Die beiden brauchen auf jeden Fall Leben. Au! Ich hoffe, dass jetzt keine komplett wieder aus dem Leben geschossen wird. Erstmal ihn. Au! Oh, natürlich. Natürlich kriegt das nicht nochmal was ab. Das wäre auch zu einfach gewesen. Das wäre zu einfach. Ey, bist du nochmal wieder dran? Das dauert noch... Das dauert immer so lange manchmal. Weil es halt einfach so viele sind. Und wir nehmen dich wieder. Oh, jetzt. Locker stimmt er jetzt. Die Runde. Guck, jetzt. Eins, zwei, drei. Sie stimmt sogar nochmal. G-G an der Stelle. An die... Tüten... Tüte... Tüte... Troglodyt... Troglodyt wahrscheinlich. Oder irgendwie so. Keine Ahnung. Was man erst ausspricht. Ja, nochmal sie. Nur ein Kratzer. Troglodyt... Troglodyt... Ich weiß doch nicht, warum ich da auf einmal so viele wieder getriggert habe, weil hier vorne hatten wir ja schon einmal alle weg. Oh, Hilfe! Au! Vier Schaden hat er nur zugefügt. Kann das sein, dass der Feuer gar nicht so wirksam ist? Muss man bei neutraleren Gegnern gucken, wieviel Schaden das macht. So, wer ist denn dran? Die haben jetzt eine komplette Runde. Wenn da jetzt nicht mehr einer drauf geht, sogar unser Krieger vielleicht. Ist ihre Rüstung vielleicht kaputt? Nein! Seine! Nein! Okay, dann heil jetzt mal bitte! Geh sie hoch! Au! Das war nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Boah! Ob der Krieger das noch aushält? Zehn Schaden. Der macht eigentlich ganz gut Schaden mit dem Speer. Ist okay. Das tut echt weh! Da dachte ich mir, dass der Krieger die Runde drauf geht. Dann können wir ja wiederholen. Jetzt geht der hier bestimmt drauf. Er hat zwei Schaden, wenn er macht. Wir lassen jetzt mal auf jeden Fall den Zauer weg. Ist zwar nur ein Kratzer? Mal gucken, ob er dann mehr Schaden macht. Aber kümmere dich drum. Jetzt steht sie. Kann dir mal jemand helfen? Ne, er hat sogar überlebt. Hätte ich nicht gedacht. Ah, zwölf Schaden. Viel mehr. Wir müssen den Zauber weglassen. Das haben wir aber alle ganz gut angehittet, dass sie demnächst mal umfallen könnten. Äh... Heilen. Oh, geil. Sehr gut. War klar, dass er noch mal stirbt? Jetzt wär halt der Gruppenheal würde sowas von was bringen. Ist der dauer? Nein, er stirbt auch einfach nicht. Er geht auch einfach nicht drauf, ne? Wenn wir ihn jetzt hochheilen, geht sie wahrscheinlich drauf. Oder beide. Jetzt sind aber alle ganz gut down. Machen wir mal ne, äh... Trankrunde, würde ich sagen. Ne. Wir machen jetzt noch, dass einer lebt. Nur ein Katzer. Das schaffen wir schon. Und dann gehen wir hoch. Das war knapp. Das war knapp. Aber wir haben's überlebt. Alles gut. Na, wird das jetzt grün hier? Grün, grün, grün. Was man hier mal durchkommt. Durch die guten Leute hier, ne? Die Zwerge. Der Zwerg als Begleiter ist bestimmt auch ganz nett. Ah, ich sehe, der hat ja noch Gift. Das hab ich jetzt... Daran hab ich nicht mehr gedacht. Aber egal. Die kann uns ja hochheilen. Vielleicht lassen sie auch... Einmal mal komplett aus dem Kampf raus. Und heilen jede Runde. Schwierige ist halt da, dass wir nicht auf Distanz kommen, ne? Wenn wir da auf Distanz kommen würden... Maschallah, einfach die gute Taktik dann. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht wieder volles Leben haben. Weil nach meiner Info haben wir da gar keinen... Guck, guck, guck. Das ist gut. Ein bisschen nah sind sie jetzt, ne? Zwei Runden und einer ist schon komplett weg. Das war klar. Darf ich jetzt auch mal wieder heilen? Oder ist die gar nicht mehr dran? Nein. Ich hab mich verdrückt, natürlich. Damit ist jetzt der zweite weg wahrscheinlich. Und wir können gleich wieder hoch. Gut, der hört schon mal ab. Wichtig. Da wird auch demnächst gleich noch mal einer abhauen. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Kann mir mal jemand helfen? Nervig. Und vor allen Dingen kriegen wir nicht so wirklich... Kommen wir hier nicht weg. Soll ich das jetzt beeindrucken? Nur ein Katzer. Und er ist jetzt auch mittlerweile vergiftet. Toll. Und alle haben sie fast gleich viel. Unerträglicher Schmerz. Und er macht 14 Schaden oder 10 Schaden nur mit seinem Stab. Das ist... Und er hat das nicht geskillt. Das ist gar nicht so ganz verkehrt, den auch ein bisschen im Stab hochzumachen. Behaupte ich. Da. Da. Viel zu wenig hier. Viel zu wenig. Kommt er nicht durch die Runde. Hilfe. Wir sind erst mal hoch. Wir sind erst mal hoch. Nrgh. 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 Nrgh.